In diesem Video möchte ich dir ein ganz besonderes Launchpad vorstellen, nämlich Crosspad. Crosspad ist ein Multi-Chain Launchpad und dieses hat ein ganz besonderes und einzigartiges Tiersystem. Und das sorgt für doch schon ziemlich viel Hype, denn die Telegram-Gruppe hat bereits fast 64.000 Mitglieder. Die Leute, die haben richtig Bock auf dieses Launchpad und ich würde euch dieses auch wirklich sehr ans Herz legen. Ich werde selber sehr groß darin einsteigen, da ich überzeugt von diesem Crosspad bin. Ich werde euch alle Details in diesem Video erklären. Das Gute ist, das Whitelisting ist noch offen. Ihr braucht einfach nur hier drauf zu klicken bis morgen um, können wir mal kurz gucken. Das endet am 2. Mai, also morgen um 12 Uhr unserer Zeit. Bis dato habt ihr noch die Möglichkeit, einfach das Whitelisting auszufüllen, wirklich kein Hexenwerk. Das haben die super, super einfach gemacht. Und ich würde euch auch empfehlen, dann den ganzen Gruppen zu folgen, denn dann habt ihr eine höhere Chance, da zu gewinnen und am Pipelix Sale eben sehr, sehr günstig und als einer der ersten reinzukommen. Und das lohnt sich stark. Die erste Chain, auf der es startet, ist die Binance Smart Chain. Das bedeutet, dass es auf PancakeSwap dann auch im Endeffekt listet. Und dann soll Ethereum kommen, Huobi, Echo Chain und Matic. Wir gucken uns am besten einfach dafür die Roadmap an. Dann seht ihr das besser. Hier seht ihr, dass nach dem Public Sale und PancakeSwap Listing eben CoinGecko und CoinMarketCap kommen sollen. Dann sollen die ersten Projekte und Partnerships bekannt gegeben werden. Und dann siehst du noch in diesem Quartal, da soll Ethereum, Cross-Chain Bridge kommen, Staking Contract, First Multi-Chain IDOs. Also da kommen die dann dementsprechend schon an den Start in diesem Quartal. Und dann soll die Matic Cross-Chain Bridge kommen. KYC-Integration, das ist Know Your Customer. Das heißt, du musst dich einfach legitimieren, wer du bist, woher du kommst. Das wird, denke ich mal, nicht bei jedem Projekt der Fall sein, aber manche erfordern das einfach. Und hier ist auch ein Centralized Exchange Listing, vielleicht auch ein größeres, das wäre natürlich toll. Und im vierten Quartal kommt dann auch Heco Cross-Chain Bridge und auch die Dauer wird eingeführt. Doch gucken wir uns einfach mal den Public Sale an. Der Public Sale ist dann um 14 Uhr unserer Zeit und beginnt bei 0,02 Dollar Cent. Danach soll auch das Pancake Swap Listing stattfinden. Falls ihr dann eben nicht gezogen werdet, das ist ja schließlich ein Glückssystem, nicht die Verkannter gezogen werden. Und falls ihr das Glück habt, gezogen zu werden, hey, dann Glückwunsch. Denn das kann ich mir vorstellen, wird extremst abgehen und das könnt ihr gleich nachvollziehen, nachdem ich euch das Tiersystem erklärt habe. Falls nicht, müsst ihr dann euer Glück auf Pancake Swap probieren. Da würde ich dann versuchen, so früh wie möglich einzusteigen, damit ihr so viele Token erkannten könnt, wie ihr wollt. An dieser Stelle kein Financial Advice. Das alles könnte auch komplett im Bach untergehen. Bitte macht eure eigenen Hausaufgaben. Genau, macht bitte eure eigenen Hausaufgaben. Dementsprechend investiert nur das, was ihr auch verlieren könnt. Aber ich mag es und ich persönlich werde da hinein investieren. Und jetzt gucken wir uns mal die Tierlist an. Was macht es denn so besonders? Die sagen hier erstmal, was ist das Problem mit den derzeitigen Launchpads. Und die nennen hier mal das Projekt X. Ja, wir können uns alle denken, welches das sein könnte. Ja, und das hat Bronze 500 Token, Silber 1500 etc. Und die sagen einfach, hey, was motiviert die Leute, wenn die jetzt zum Beispiel Platinum haben mit 9000 Token und haben jetzt zum Beispiel 10.000 gekauft. Oder was motiviert die Leute, mehr Tokens davon zu kaufen, wenn die schon doch die höchste Allocation haben. Was motiviert die Leute? Ja, gar nichts. Die verkaufen einfach den Rest. Das habe ich damals auch bei BSC Starter so gemacht. Da habe ich einfach die Unnötigen, die ich nicht brauchte, die habe ich dann einfach wieder verkauft. Wieso sollte ich das halten? Dann würde ich es lieber benutzen, um in Projekte zu investieren. Und das ist ein tatsächlich großes Problem, wie ich finde. Und da haben die dann gesagt, hey, die Leute motiviert da einfach nichts. Der Preis wird da einfach nicht so stark steigen. Also haben sie sich gedacht, hey, wir machen das anders. Deren Idee ist es, dass jeder Cross-Token, den du besitzt, eben Einfluss auf deine Allocation haben wird. Also deine Zuteilung haben wird. Desto mehr Token du also besitzt, desto mehr kannst du von diesen IDOs kaufen. Und das finde ich genial. Natürlich wird das etwas heftig, wenn da extreme Wale einsteigen. Das ist so dieser einzige Gedanke, den ich mal mache. Wie wird das dann aussehen, wenn da wahnsinnige Wale dabei sind? Die können ja eigentlich fast alles von diesem Projekt aufkaufen. Das weiß ich noch nicht so ganz, wie das dann alles abläuft. Das müsste man dann im Nachhinein gucken. Aber bisher finde ich das richtig cool. Das ist einfach dich motiviert, mehr Cross-Token zu kaufen. Und je mehr du eben besitzt, desto mehr davon kannst du einkaufen. Die haben hier einfach Beispiele genannt. Die Berechnung, wie das alles errechnet wird. Wie viele Cross-Token du besitzt und wie viel du dann im Endeffekt in diese neuen Projekte, diese IDOs investieren kannst. Und das kannst du dir dann einfach mal im Detail angucken. Das möchte ich dir jetzt nicht alles vorrechnen. Ich denke, dann schlafen die meisten meiner Zuschauer ein. Von daher wird jeder, also every single Cross-Token, den du besitzt, wird eine garantierte Zuteilung. Du wirst eine sehr geringe Menge brauchen. Aber im Endeffekt wird jeder eine Möglichkeit haben, etwas vom Kuchen der IDOs abzubekommen. Und das finde ich einfach richtig cool und auch fair. Und manche, die werden ja wahnsinnig abgeschreckt, wenn wir uns mal... Ich habe euch ja schon zum Beispiel Cardstarter gezeigt. Das ist das Launchpad auf Cardano. Also da bräuchtest du ja für die Mindestallocation, bräuchtest du ja glaube ich 20.000, 30.000 Dollar. Und es ist einfach dann ermüdend, wenn du schon solche Preise siehst. Dann hast du einfach schon gar keinen Bock mehr auf dieses Launchpad. Aber wenn die hier sagen, hey, egal wie viel du besitzt, du wirst garantierte Zuteilung haben, finde ich das echt cool. Von daher guckt euch das mal bitte an. Ich werde es euch unten in der Videobeschreibung verlinken, da ich das wirklich interessant finde. Und deshalb habe ich da auch Bock und werde da größer hinein investieren. An dieser Stelle drücke ich euch selbstverständlich die Daumen, dass ihr gezogen werdet, wenn ihr das Whitelisting ausgefüllt habt. Ich zeige es euch nochmal einfach draufklicken, Whitelisting ausfüllen. Und falls ihr Glück habt, werdet ihr gezogen und könnt dann sehr günstig da einsteigen und an zukünftigen Projekten dann einfach profitieren. Und Crosschain ist ja hart im Kommen. Von daher wird das ein sehr, sehr interessantes Launchpad werden. Wie gesagt, harte Empfehlung von mir, aber bitte macht eure eigenen Hausaufgaben. Investiert nur das, was ihr verlieren könnt. Wenn du allgemein bei sowas immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, werde einfach mein Patreon. Dann bleibst du immer up to date, bekommst sämtliche kommenden Tokenstarts. Denn dort ist einfach das meiste Geld zu holen, bevorstehende Ereignisse, die du im Auge behalten solltest. Tipps und Tricks und Einsicht in mein eigenes Portfolio, damit du da mal guckst, was der olle Kryptoniter so am Start hat. Okay Leute, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Hoffentlich bekommt ihr einen guten Preis und könnt in dieses ziemlich coole Launchpad gut einsteigen.